Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau und ich hoffe, du hattest bisher einen erfolgreichen Tag. Im heutigen Video geht es darum, dass ich keine Dividenden haben will, sie aber trotzdem nehme. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich dir jetzt. Also, an sich wird das gar kein langes Video, sondern es ist einfach eine grundlegende Sache vom Value Investing, die ich wirklich so sehe. Dass Dividenden für mich nicht im Vordergrund stehen. Denn was mache ich beim Investieren? Ich möchte einem Unternehmen Geld geben, damit es damit arbeiten kann. Und wenn dieses Unternehmen nun Dividende ausschüttet, heißt das für mich nichts anderes, als dass ich mich wieder darum kümmern muss und mit dem Geld wieder was Neues machen kann. Wenn ein Unternehmen an sich aber besser mit dem Kapital umgehen kann, das heißt, dass jeder Euro, zum Beispiel den man reinsteckt, 2 Euro rausbringt, dann möchte ich ja gar nicht, dass das Unternehmen mir Geld gibt, weil es selbst viel besser mit dem Geld umgehen kann. Denn wenn es mir jetzt ansonsten das zurückzahlt, habe ich ja das Problem. Ich muss mich also wieder darum kümmern, wie kann ich das Ganze jetzt für mich verwalten und in was für ein alternatives Investment kann ich das stecken, wo es wieder gut für mich arbeiten kann. Natürlich nehme ich im Allgemeinen, wenn das Unternehmen passt, diese Dividenden in Kauf. Denn diese laufenden Einnahmen sind natürlich ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Ich nutze sie dann aber, um es direkt wieder zu reinvestieren. Ich nutze es dann in den meisten Fällen, um es direkt wieder in das gleiche Unternehmen zu investieren, weil ich dadurch einfach den Kreislauf des Geldes, dass es wieder für sich selbst arbeitet und mir weitere Dividenden dann im Endeffekt als Abfallprodukt, nenne ich es mal, produziert, einfach in Kauf nehme. Und deswegen möchte ich gar nicht unbedingt Dividenden haben, weil das Unternehmen einfach meiner Meinung nach in den meisten Fällen besser damit arbeiten kann oder können sollte. Und deswegen überlasse ich es lieber direkt dem Unternehmen, das Investment oder das Geld zu behalten. So, wie siehst du das denn mit Dividenden? Denn ich weiß, es gibt ja auch viele, die gerade nur in Dividenden starke Unternehmen investieren. Und das ist ja auch eine sehr, sehr valide Anlagemethode. Da ist ja überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ich würde mal deine Meinung dazu interessieren, hier in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann bewerte es mit einem Daumen nach oben. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Kanal, denn hier kommen laufend einfach neue Videos zum Thema Investieren und finanzielle Freiheit. Und dass einfach wir gemeinsam das Ziel erreichen und auf diese Ziele hinarbeiten. Und das ist das, warum ich den Kanal auch gegründet habe. Und deswegen bin ich auch so an dem Austausch interessiert. Und wenn du jetzt noch weitere Videos sehen willst, dann kannst du das hier tun. Und ansonsten wünsche ich dir einen weiterhin erfolgreichen Tag. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut.